Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll. Erkläre Ihnen, was in Wahrheit vorgeht. Die NFL weiß seit Jahren von den Schädel-Hirn-Traumatern. Bennet Omalu hat einen Krieg angefacht. Das ist mächtiger als die. Sie sind sich sicher. Sie wollen das durchziehen. Ich bin der verantwortliche Pathologe. Wenn du die Wahrheit weißt, dann musst du es sagen. Sie müssen weitermachen. Sie müssen das wissen. Vielen Dank.